Ja, hier mal neue Decke in altem Gebäude, also eine neue Holzbalkendecke, hier auf alter Wand. Die ist oben mit einem Ringbalken schön gehalten und gefestigt. Und wie man hier sieht, sind das heftige Balken, die dann zum Teil auch zweigeteilt sind. Das hat den Grund, dass diese Deckenlemente in dieser Breite vorgefertigt wurden und dann als fertiges Element hier zur Baustelle transportiert wurden und dann komplett verlegt wurden. Das ist arbeitstechnisch ganz gut. Die Decke ist schnell verlegt, kann von oben dann abgeklebt werden, bleibt trocken. Also im Grunde eine richtig gute Lösung. Hier als Zweifelsystem ausgebildet. Also schöne lange Elemente, die von links nach rechts über den Mittelträger spannen. Und ja, das ist für den Fall auch eine recht wirtschaftliche Lösung.